Ratschläge an mich als 14-Jährigen wären das Hobby, das man hat, die Skills, die Fähigkeiten, die Stärken auch Schulis umzusetzen. Dann unbedingt mehrere Fremdsprachen zu lernen, das ist ganz, ganz wichtig in der Kommunikation. Somit kommt man heute auch weiter und wird auch mehr akzeptiert und man lernt immer für sich und für das Leben. Mein Name ist Herbert Nadeh, ich bin Abteilungsleiter Business Solution Management bei der FR-Sicherheitstechnologie. Das coolste an meinem Job ist Märkte kennenzulernen, an Märkten zu arbeiten, mit Kunden zu arbeiten, das heißt auch mit Personen zu arbeiten, ihre Probleme besprechen gemeinsam, ihre Pains wie man heute sagt, ihre wirklichen Probleme zu besprechen und Lösungen für unsere Kunden vorzubereiten. Eine große Herausforderung sind natürlich normative gesetzliche Anforderungen, die die unterschiedlichen Märkte stehen. Wir arbeiten in sehr viel heterogenen Märkten, wo wirklich eine Sicherheitstechnologie nicht der anderen gleicht. Er ist ein österreichisches Familienunternehmen, mit der Herstellung von elektronischen und mechatronischen Zutrittskontrollsystemen vertraut. Mein Job im Business Solution Management ist, den Kunden die richtige Lösung bereitzustellen, das heißt schon im Pre-Sale, bevor der Kunde überhaupt an Zutrittskontrollsysteme überhaupt denkt, FR ins Spiel zu bringen, bis hin zur Realisierung von Großprojekten und zum Abschluss von den Großprojekten. Ich im Business Solution Management bin natürlich viel bei Kunden unterwegs, in Märkten unterwegs, in unterschiedlichen Märkten unterwegs und sehe mir dort natürlich die Problematik des Zutrittskontrollsystems bei Kunden an, versuche eine Lösung für unsere Kunden zu finden, habe aber natürlich auch einen Job im Büro. Ich beantworte genauso meine E-Mails, weil viele Kunden natürlich auch im E-Mail-Kontakt mit mir stehen und nicht im persönlichen Kontakt. Ich bin in Normenorganisationen tätig, in Vereinen tätig, um auch dort im Bereich Zutrittskontrolle die letzten Informationen vom Markt zu bekommen. Ja, wie sieht so ein Tag bei mir aus? Ich komme so um halb neun, neun ins Büro, fange dann meistens mit Besprechungen an, interne Besprechungen oder mit einer Videokonferenz mit Kunden, mit Lieferanten, das den ganzen Tag sich durchzieht. Ich bin auch natürlich in Märkten unterwegs, bei Kunden unterwegs, bei Besprechungen unterwegs und mein Arbeitsende ist dann meistens, wo ich mich dann schon terminlich auf den nächsten Tag vorbereite, schaue, welche Termine anfallen und mich dann mal geistig vorbereite drauf. Ich bin in Meidling aufgewachsen, habe auch hier die Volksschule besucht, das Gymnasium besucht und habe dann den kommerziellen Werdegang eingeschaut und habe die Hansakademie besucht, auch in Meidling, in der Hetzendorfer Straße. Habe dann maturiert und habe mich dann nach der Matura entschlossen, Wirtschaftsinformatik zu studieren. Das war 1991 und habe dann auch studiert und gleichzeitig aber auch hier zum Arbeiten angefangen als Verialpraktikant und bin dann seit 1993 voll hier angestellt, also seit mittlerweile 25 Jahren im Unternehmen tätig. Wie geht es mit dir in Meidlinge? Ja, es geht auch ohne meinen persönlichen Werdegang. Hauptsächlich ist ein breites Wissen im technischen und wirtschaftlichen Bereich. Die Soft-Skills, die man mitbringen sollte, einfach Freude an Sicherheitstechnik, an der Arbeit generell, mit Kunden zu arbeiten, mit dem Markt zu arbeiten. Das heißt, man sollte vielleicht eher Extrovertierter sein und nicht Introvertiert.